Hallo Leute, heute zeige ich noch mal ein Video, in dem ich Pferdeleckerlis mache, aber in der Mikrowelle und nicht im Backofen. Die Leckerlis sind wieder ganz einfach mit Haferflocken und einem Teelöffel Honig gemacht. Und Wasser natürlich. Ich habe alles mit der Hand durchgeknetet und kleine Leckerlis geformt. So, ab in die Mikrowelle und dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, die Mikrowelle war natürlich nicht eingesteckt. Ich habe die mal auf mittlere Stufe und so fünf Minuten eingestellt. So, die ersten paar Minuten sind fertig. Ja doch, es ist hart geworden. Aber ich denke mal, es muss noch ein bisschen. Dann habe ich die nochmal fünf Minuten eingestellt, es war aber doch ein bisschen zu viel. Das ist schon sehr lecker. Und ja, ich würde sagen, das reicht. Oh je. Oh je. Hier sind sie... Oh. Ja, gut. Muss man irgendwie wegmachen. Naja, aber die anderen sind was geworden. Gut. Aber das Ergebnis lässt sich sehen. Wie man sieht, es hat funktioniert. Also, Fazit, man kann die Pferdeleckerlis auch in der Mikrowelle backen. Ist schnell gemacht und kann man schön als Geschenk verpacken. Hier habe ich ein Geschenktütchen fertiggestellt für ein Tauschpaket mit meine Pferdeträume. hottest. H頂ender hätte.